einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen angezockt wir wollen heute frozenheim anzocken mal was neues mal oder was nicht so gewöhnlich wie beim spielen auf dem computer und nicht machen aber und nicht auf der playstation ich weiß das kommt selten vor video vollbild im fenster machen wir mal fenstermodus vollbild in 4k anwenden solltet kurz bei euch weg gewesen sein oder wieder drinnen keine ahnung ach jetzt sehen wir wenigstens die maus schöne ding ich möchte gerne einfach nur ein neues spiel machen möchte einfach nur das spiel erst mal kennenlernen für valala ja und das spiel ein bisschen erkunden okay mit rechte maustaste drückt kann ich jetzt nicht hier hin und her mich bewegen so produktionsgebäude produktionsgebäude für nahrung gemeinschaftsgebäude gebäude für kampfeinheiten produktionsgebäude was haben wir da drin also verteidigungsanlagen holzfäller ja holzfäller muss auf jeden fall sein den knüppeln wir erstmal dahin so und die zeit schnell machen ach hier sind einheiten damit mit recht maustaste kann ich die befehlen gucken wir uns mal an was wir hier so im umfeld haben wie komme ich denn ach so mit mit maus ach mit feiertasten ach da ist wasser ok gut wird ja nur eine landzunge sein ok was ist das eine siedlung ne ein lagerfeuer räuberlager und jetzt meine einheiten ausgelöscht scheiße nichts ahnt wenn meine einheiten ausgelöscht klopstet so schickt da erstmal leute rein wir brauchen aber häuser ganz wichtig ich kann die so hier drehen was ist das mit mausrad klopstet ja So. Ein Druide, der ist vielleicht, oh ja, nicht mal so schlecht. Den setzen wir aber so ein bisschen abseits. Ein Brunnen. So, jetzt geht mein Holz langsam zur Neige. Ein Tempel haben wir noch. Den können wir aber nicht bauen. Wie habe ich denn das geschafft? Achso, weil ich am Rand war oder was? Bei der Steuerung muss noch ein bisschen was passieren. Vor allem mit dem Zoom. Ach, Mausrad gedrückt halten. Da kann ich rein zoomen, okay. Aber halt nicht im Kreis rumgehen. Ne. So. Also Grafik sieht ja im Süd aus, muss ich sagen. Ganz knuffig. Ach, da ist das Holz. 300 noch was Holz hat er produziert, okay. Dann brauchen wir. Klopften. Dann können wir uns zu EIN Gas haben. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, jetzt haben wir das Holz da. Hunger. Bauernhaus. Jagdhütte. Fischerhütte. 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 wir noch nicht bauen aber wir werden noch ein paar häuser hinsetzen und zwar dahin so haben wir drei häuschen da drei häuschen da dann mache ich noch bei den fischer welche hin so 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 Amen. Das ermöglicht es dir. Das geht gut. Steine brauche ich. Da gleich drei Leute rein. Steine und alles. Jetzt wollen wir aber noch. Den Ofen. Da fährt uns Steine. Windmühle. Ja. Windmühle. So. Jagdhütte. Drei Leute rein. Ins Lager. Fünf Leute rein. Zwei Leute rein. Oh, hier haben wir Bauernhof. Ist ja gar nichts. So. Und in die Fütcherhütte müssen auch Leute rein. So. Ich habe da noch Ressourcen. So. Und weil wir jetzt hier oben natürlich was gemacht haben, werden wir natürlich, auch noch mal Häuschen hinballern. Drei Leute rein. Drei Leute rein. Drei Leute rein. Hütte abgebrannt. Bauernhaus haben wir Hütte. Jagdhütte haben wir. Fischhütte haben wir. Windmühle haben wir. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Holzfischhütte haben wir. Holzfischhütte. So. Werft. Haben wir jetzt auch. rekrutierung von kampfeinheiten das ist sehr gut das werden wir aber das werden wir aber etwas in die mitte des lagers packen eine waffenschmiede logisch brauchen wir auch eine waffenschmiede ein boot so das sieht fantastisch aus ja noch mal zwei leute rein äxte hat da kein metall für da haben wir fünf leute rein bauen so da drei leute rein da sind drei drin beim jahr sind fünf überall noch leute drin die windmühle nicht so was wir haben wir müssen auf jeden fall wir müssen jetzt auf jeden fall noch ein paar häuschen bauen sonst gehen wir mein ich habe noch was anderes gefunden jedoch brunnen habe ich ja gebaut ja marktplatz halle der ältesten auf jeden fall tempel da fehlen mir auch noch steine für 15 ah ja da fehlen noch eine ganz schöne menge steine tempel bauen wir denn ohne genau mal auf jeden fall auf jeden fall na haut Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir können ein Tempel bauen. Ein Ort, an dem Dorfbewohner zu Göttern beten. So, genau. Okay, ich mag jetzt. So, bei dem, mit den alten, das halte ich ja noch nicht richtig, wie das Funktion knuckelt. Ach, Technologie. Okay. Ach so, da kann ich jetzt meine Technologie entwickeln. Okay. Gut zu wissen. So, aber ich brauche hier noch Soldaten. Ich habe zu wenig Essen und Kleidung. Okay. Ich baue da noch ein Bauernhaus hin. So sieht eigentlich ganz gut aus, bloß Lebensmittel sind knapp. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch noch einen zweiten Brunnen bauen. So. So. Hier lag die per Positive der Vergangenheit so. 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 So, ja, ich mach. Wir müssen gucken, wir brauchen auf jeden Fall mehr Fressen. Die Steuerung ist halt ein bisschen... Okay, dafür habe ich noch nicht genutzt. Oh, wow. Unser Lebensmittel gehört jetzt langsam, der klappt. Super, hier da. Versteckte Schuhe haben wir hergestellt. Ich brauche Eisen. Mir fehlt aber das... Wieso fehlt mir das? Ich habe auch keine Erkundungseinheiten mehr. Oder? Sperrträger, Schildträger, Sperr... Bogenschutz, Augeskämpfer... Da wäre eigentlich noch Lebensmittel. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. One day. Wow. Wieso? Oh, wieso... Was da ist ja garinha. Amen. 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 Ich habe keine Kämpfer. Amen. Hahaha. Hmm. Jetzt habe ich die ganzen D Reno getauscht. Scheiße. Wo ist denn die Holzfäller? Wo waren die Holzfäller heute? Mist, da. Ah, die hat noch 14. Jetzt hat er weggebracht. Hier nehme ich nochmal. Holz ist ein Meister, womit ich handeln kann. Ich nehme es mir gleich immer noch zu wenig. Stahl habe ich mittlerweile schon mal. Das ist gut. So, können wir jetzt? Ja. Achskämpfer. So. 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 As you wish. So. Almost. Attack. Komm bitte. Komm. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr kriegt die Räuber nicht besiegt oder wat? Ist doch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Attack. Ach Gott. Was denn? Warum schläft mir meine Hand gerade die ganze Zeit ein? Neutral. Defensiv. Aggressiv. Was macht sie platt? Super. Jetzt haben wir sie platt gemacht. Okay. Alright. 생일ệp. Fuck. So. 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 Da ist ein Bug drinnen, dass die jetzt hier nicht gleich... So, jetzt aber. So, wir werden mal. Nein, wir lassen die. Okay. Da haben wir was gefunden und das bringt uns... Okay. 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 Feuer. Okay. Feuer meiner Siedlung. Ach, warte mal, hier ist was. Gut, haben wir. So. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben einen Stein gefunden. Ich würde nämlich jetzt gerne Wachtürme bauen und zwar einen hier hin. Na, komm doch. So, Wachturm. So. Und den besetzen wir dann auch gleich. Wie viele Menschen haben wir denn noch? Müssen wir noch ein paar haben, wa? Jetzt wird der Wachturm erbaut. Ich finde auch die Musik sehr entspannt. Also Kampagne habe ich jetzt nicht gespielt. Da will ich auch nicht zu viel spoilern. Und ich selber, ich mag es ja auch eher. So. Wenn ich jetzt was bauen will, ein Haus. Meine Siedlung kann ich immer noch nicht vergrößern. Kann ich vielleicht das Haus vom Jarl aufwerten? Da fehlen mir 25 Kleidung. Upgrade und da fehlen mir 25 Kleidung. Dann holen wir uns, besorgen wir uns einfach mal auf so schnelle 25 Kleidung. Und zwar, wir nehmen Kleidung da rein. Wie viel Holz haben wir genug? Und geben dann Heizholz dafür. Und dann gucken wir jetzt mal. Jetzt haben wir genug. Wir können aber unsere Gebiete immer noch nicht erweitern. Nochmal 25. 15. Anlage 8 Technologie. Gucken wir mal hier. Ah, hier. Ne, da. 10 davon brauchen wir. Okay, ich bin auch noch auf dem Marktplatz. Wir sagen 10 davon. So. Dann gehen wir hier rauf. Stufe 2. Schreien. Was brauchen wir dafür? Okay, jedes Jahr ein feindliches Objekt auf der Landkarte. Okay. Verdoppelt. Verdoppelt die Menge an geplünderten Ressourcen. So. 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 Steine. So. Steine. Ach, ich brauche Steine. Ich brauche Steine. Döner. Und zwar. Döner. Döner. So. Vier Stück. Zeit, dass die wieder Holz herbringen. schon. so. Tja. Tja, ich brauche das encrypt Eachine, Lumpster auf dem. Ein paar Häuschen bauen, aber mir geht langsam mehr Platz aus für die Häuschen. Ich wäre besser, wenn ich größere Häuser machen könnte. Zehn Kleidung Technologie, was haben wir denn jetzt hier? Da der Schrein, dafür bräuchte ich Steine. Ich bin ein paar Häuschen. 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 Das heißt, wenn irgendwo mehrere Häuschen anfangen zu brennen und ich dadurch keine Bewohner mehr habe, auf dem anderen Teil sind sie nur da. Was ich alles mal herstellen muss. Verstärkte, dafür haben wir zehn Klamotten Teile. Dann machen wir mal hier. Klamotten. Ich bin ein paar Häuschen. Klamotten. Jetzt wird das alles hergestellt. Dann habe ich das alles einmal hergestellt. Ich bin ein paar Häuschen. 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 Da drei Leute rein. Da drei Leute rein. Der hat nicht so viel Holz. Der hat Nullholz. Dann machen wir das mal. Holzfällerhütter. Lass mal die erst mal bauen. Es macht echt Spaß. Ich mag das, ich mag das zu... Ich mag das voll gerne. Erkundung. Kampf. Um Ressourcen zu sammeln und bearbeiten, müssen Arbeiter... Achso, das weiß ich ja. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Jetzt brauchen wir noch mal zehnmal Klamotten. Um die nächste Stufe herzustellen. Dann tun wir uns mal schnell über den Markt. Ach, wir haben ja schon zweimal Klamotten. Reicht achtmal oder neunmal. Zack, bumm. So, dann gehen wir alle der ältesten und stellen das her. Dann brauchen wir auch noch mal Klamotten. Das können wir dann herstellen. Warte mal. Warte mal. Droide kamen hin. 25 von denen. Habe ich da genug. Und dann haben wir auch noch. Wir müssen mal gucken. Beim Droiden. Können wir da irgendwas machen mit der Droidenhütte? Ne. So, was brauchen wir da? 15 Klamotten. Ach, warte mal hier. Gar keiner drinnen am Brunnen. Wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Die brauchen wir hier heute. Wieso stehen die kleine Klamotten her? Garberei. Wieso kann ich... Steg nicht. Steg nicht. Produziert Kleidungsstücke aus Tierhaut. Steg nicht? Steg. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir geben Tierhalter und nehmen Klamotten. Da muss ich mich noch mal genauer mit beschäftigen, wie das funktioniert. Steine haben wir ohne, brauchen wir auch noch. Wir wollen Steine gegen Tierhaut. So, jetzt aber. Boom, boom. Was wollen wir davon haben? Klan des Wolfes, ja. So, was haben wir denn hier noch? Dafür brauchen wir Lebensmittel und Dings, dafür brauchen wir Essen, dafür haben wir alles. Einfluss, ermöglicht es dir Räuber und Reisende Krieger zu rekrutieren. Uiuiui. Das wollen wir, das wollen wir, das will ich. Ermöglicht es dir Einheiten in Räuberlagern wieder aufzustocken und zu heilen. Okay, das klingt gut, weil, in Training rekrutieren Einheiten verfügbar, Verfahren der Stufe 1. Was brauchen wir, das können wir machen, das können wir nicht machen, wir haben nicht genug Lebensmittel. Wir haben nicht genug zu fressen. Ach Quatsch, jetzt habe ich Quatsch, ich war zu schnell. Also, ich muss auf jeden Fall mehr Lebensmittel herstellen können. Das ist ja hier jedes Mal ziemlich knapp. Och Mensch, Kater, geh runter. So, nehmen wir das. Hoch, oben bleiben. Schmeiß mir nur wieder meine Flasche um, in die Becher. Ja. Also, das Schiff fährt ja... Oh, da hat es etwas gefunden. Wieso vorstellt das denn nicht richtig? Wieso fährt der dann da überall vorbei? Kann er das nicht mal richtig erforschen? So viel Zeug, was hier liegt und der erforscht dort nicht. So viel Zeug. So viel Zeug. So viel Zeug. So viel Zeug. Ich habe die Schweine. Die Schweine. Oh, die Rekrutierung von Einheiten erfordert keine Nahrung mehr. Oh, yes. Komm, 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 noch mehr höher. Ja, komm, hoch, 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 50. Die fressen zu viel. Auf dem Marktplatz einfach mal Nahrung. Nahrung gegen Fälle, 130 Stück, bumm, weg. So, jetzt aber. Die fressen einfach zu viel die Schweine. Weg, Digga. Ich hab immer noch, aber hat sich noch nicht. Übernimm die Kontrolle über Runensteine. Was für Runensteine. Kann ja nichts machen. Schein. Schein. Das haben wir jetzt alles fertig. Wenn es wenigstens deutsch wäre. Hier teilweise mit den Updates sind. Das wäre ja natürlich schon mal ganz knorkel. Wenn es weniger war, dann würde ich schon mal verstehen, was die von mir wollen. Wenn es mehr kommt, dann wenn es mehr so weit kommt, kann es sein. Wenn es mehr so weit kommt, wird es besser. Dann wird das meine Waffe nicht verfolgen. So, Rumpf. Drache, Wolf, Mittel, Groß, Weit, Ausrüstung, Zelt, Leer, Zelt. So, zack, Bauern. Warte mal, wir brauchen ja noch mal wieder ein paar Einheiten. Was hat denn der Schmied, der Waffenschmied, hat der hier noch was zum Erforschen, ne ist alles fertig, Mist, warte mal hier, Axt, Speer, Schildträger, Bogenschützen, Sperrträger, Machen wir Axt und Schildträger. Dann nochmal ein Axtträger hingesetzt. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Da war ich schon. All right. 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 Wo wollen die denn hin? Also die sind aber manchmal ein bisschen selten doof. Ich sag die sollen hier hin und die hauen erstmal wie das irgendwo hin ab. Let's none of them alive! Ich habe ihn! Cut him down! As you wish. Almost. As you wish. 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 Almost. All right. All right. So. Oh, was haben wir denn hier? Und da ist auch noch ein Turm zum Erkunden. Okay, und hier gehen wir mal hin. Kann ich mit denen jetzt eigentlich ein neues Lager bauen? Nee, kann ich nicht, glaube ich. All right. All right! As you wish. Okay. Almost! As you wish. All right. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Auf meinem Weg. Ich habe es geschafft. All right! Auf meinem Weg. Das ist besser. Auf meinem Weg. Ich habe es geschafft. Ja. Schade. Ich habe gedacht, ich kann hier expandieren, aber das geht leider nicht. Schade, 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 schade. Oh, hier, Rune. Jetzt erforschen wir eigentlich eine Rune. Was ist das? Segen des Loki. Das haut aber nicht hin mit der Odal-Rune und Segen des Loki. Aber naja, okay. Die haben sich mit der Rune nicht beschäftigt. Nö, Lebensbaum, Segen des Odins kann schon hinbekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Odal-Rune Segen des Loki war. Klarer Himmel auf. So. 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 I got it. As you wish. 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 nicht erweitern die die hütte brennt die hütte brennt und kommt erst ok wie lange bin ich ja schon dabei alte anderthalb stunden ich wollte nur anzocken aber bei so ein spielen da bist du ruckzuck so lange drin ist ohne extra habe ich nicht oder eben davon so habe ich wieder kann nicht gehen ich habe keine menschen mehr ich würde gerne die hütten irgendwie ausbauen größer machen oder so so gucken wir mal was tun wir denn hier noch die saadentor ein boot waffenschmiede haben wir das haben wir auch das haben wir auch wir haben eigentlich alles hergestellt was wir herstellen können auch den schrein da wird jetzt keiner lang kommen aber so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Axtkämpfer. I got it. On my way! I got it. 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 Oh, here is another ship. On my way. Oh. There are the next. As you wish. Why is this here so slow? Oh, it doesn't move. I got it. Wie du möchtest. Ich habe es. Alles klar. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Mit dem Markieren und dass es hier besser hinhaut. So, jetzt lösche ich die jetzt hier aus. Ich will die komplett plündern. Spiel gewonnen. Okay, wir haben die gewonnen. Wir haben die ausgelöscht. Also müssten wir eine Kampagne spielen. Das ist aber auch fesselnd, ey. Aber ich würde sagen, anderthalb Stunden reicht. Einzelspieler. Es ist aber schade, wenn man die besiegt hat, dass man dann schon aufwählen muss. Ich würde gerne einfach so Sandkasten. So komplett unendlich. Einfach meine Siedlung weiter bauen. Größer bauen. Mehr Leute. Alles erforschen. Alles auf der Landkarte einsammeln. Eine schöne Siedlung machen. Vielleicht noch ein bisschen Entwicklung von den Häuschen. Damit die ein bisschen größer werden. Und nicht nur das Haus vom Jarl. Sondern auch so eine Methütte. Und sowas alles. Also das wäre... Aber wie gesagt, das kommt ja vielleicht noch alles. Das ist ja noch... Ich glaube, das ist immer noch im Early Access. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Geil. Macht Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ich konnte einfach nicht aufhören. Sorry, ey. Ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Bis dahin. erdios. Bis dahin. Halt im Haus.